So, halt doch mal die Schnauze, ich bin grad am aufnehmen. So, jetzt sind wir wieder und ich zock jetzt mal wieder ganz mal der Sturm-Truppe. Geh ich nicht. Ah. Mit einem Holo-Visier. Ja, bist du. Und ich glaub, da werde ich mich jetzt ein bisschen dran gewöhnen, weil ansonsten spiel ich ja mal diese anderen Sachen halt. Einten sie nicht. Boah, ich glaub, das Holo-Visier ist jetzt nicht das gerade das Beste. Cheater. Ah, Mann, ja. Beide mal tot. Verdammt. Ja, ich hab falsche Visier, Holo-Visier ist hier gar nicht. Ich mag Holo-Visier nicht so. Ist nicht so mein Fall. Ich hab noch gar kein weiteres Visier bekommen, Alter. Ich stirb noch nicht, Thomas. Dann hast du mal der Truppen nur. Das Sterben ist peinlich. Oh, aber von dem nicht. Wo ist der denn gewesen? Oh, mein, hab ich nicht gesehen. Mega-Lag. Ja, das wenigstens ist ein guter Visier. Alter, du willst doch mega-Lag, Alter. Wenn wir nicht, aber... Bei mir, ich kann ja nicht... Trotzdem spielen grad... Na, ich bin trotzdem mehr als du. Uh-huh. Da wurde auch nicht schwer höher als du zu sein. Ich hab ja mein mega-Lag. Oh, ich hab gerade von... Double-Kill. Den Double-Kill nehm ich auch auf jeden Fall rein. In das Video. Hab grad ein Double-Kill gemacht. Also ein Double-Kill von richtigen Spielern, ne? Die hat mich sofort nach oben gepumpt, dieses... Mein Double-Kill. Der hat auch schon Double-Kill. Boah, das volle Visier ist doch gar nicht so scheiße. Ich schrack hiermit grad alles. Alter, hier ist schon einer in seinem Tank. Ich hab meinen Tank auch schon gerufen. Ich seh den vor mir. Lass mich doch dransteigen. Ja. Ich stehe ganz laut Kills ab, Staub, Alter. In deinem Tank. Nein, Alter. Ist das Lustige, ja. Ich gammel, leg vorne die ganze Zeit ein bisschen rum. Lauf ein bisschen. Kill die ganze Zeit welche. Geh mal in deinem Tank, Alter. Nein. Überziele im Tank. Nein, du musst. Mein Tank explodiert jetzt. Ich muss hier weg. Boah, weg hier. Weg hier. Krass, Alter. Geht hier Party ab. Okay. Okay. Ich hab die Granate voll falsch. Lol, hab dich geschickt. Ah, Mist. Wir sind in der Weide. Keep it up, Pilot. Ich bin nicht mehr ganz oben. Ich bin im Tank. Titan, nicht Tank. Titan. Ich helfe dir mal. Ich helfe dir grad noch mal. Man muss diese Elektrogranaten gegen die werfen, dann sehen ich für ne kurze Zeit nix mehr. Nur mal so als Tipp, ne? Falls du es nicht wusstest. Ich bin mit dem explodiert. Ja. Im Tank, mein Tank hat er noch voll live. Ja, wenn diese Druckwelle haben, musst du schnell so wie möglich da weg explodieren, die grad. Das Problem war, ich hatte ja voll live. Deswegen hab ich mich gewundert, weswegen. Wieder eine Implosion. Ah. Alter, bin ich dir grad schlecht, Alter. Unser Team gewinnt. Wegen mir. Oh, ich geh mal ein bisschen... Ein bisschen mehr Action abstauben. Ich bin Titan. Weg, 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 weg. Da kommen Titans, ganz schnell Titans. Ja. Ja. ich bin ja gerade auf den titen drauf so ein bisschen geschossen oder sehe ich kann an den markt weg töten wegtöten gut deutsch ich kann als einer von meinen verbindeten kommen ein teil des segen menschrott alter der team gewinnt das noch eingekillt alter dieses warum man erlebt auch noch ja gleich kommt nämlich dieser viktor w in den titen rein macht da hinten thomas warte ich gehe gerade mal kurz meinen rein wenn ich mein finde oder meiner qualm schon einen einer ist auch schon übel zum jungen mein auto hat mir kitt Ich werde wissen, was es gemacht wird. Ich habe 5 gekillt. Du hast keine positive KD. Du hast 8 mal gestorben und hast einen Piloten gekillt. Und bin 12 mal und habe 12 kleine getötet. Ja, und die kleinen zählen nicht. Die kleinen zählen nicht, Thomas. Ich habe 9300 Punkte. Alter, ich habe eine Knappe freigespielt, Alter. Was geht, Thomas? Ich habe 9300 Punkte. Ja, habe ich gehört. Egal, das war schon wieder mit der Folge. Und tschüss.